Grüße, Grüße an das Pressure Magazin. Danke für eure tolle Einladung. Danke für das unfassbar schöne Interview. Wir haben über die guten alten Zeiten und neue Zeiten gesprochen. Danke dafür. Ich wünsche den Leserinnen und Lesern alles, alles Liebe. Habt Spaß mit dem Interview. Viel Spaß mit Pressure Magazin Hagenstoll und Plus Minus Null. Die Dinge, denen ich dich gefaxen will. Ist es die Webe in mir? Ist es das? Sind es die Worte, die dir niemand sagt? Ich beschwöre die Geister, sag ihnen lebevoll. Doch nie wieder geh ich an diesen Ort zurück. Schau in den Wind und die Tränen in die Schmenn. Föhnix aus der Asche Du kennst meinen Namen Brennende Krammen Ein Licht an dunklen Tagen Halt dich von mir fern Ich bin der Teufel Mir steht die Tragik im Gesicht So wie auf dir Jeder hat seine eigene Wahrheit Es kommt drauf an, wer sie glaubt Deine eigene Wahrheit Lass mich leben wie ein König Lass mich sterben wie ein Dach Lass mich glauben, um zu wissen Wer ich bin und wer ich war Seit meines Lebens Frieden gefunden Siegelfahrzeug Schmerz überwunden Über den Wolken Will ich fliegen mit dir Kein Blick zurück Nein keiner hier aufs WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR